Wir müssen Sachen verkaufen. Wir müssen Sachen verkaufen. Wir müssen Sachen verkaufen. Unbedingt. Wobei, ich glaube, das... Na gut, ich kann ja zur Not alles nochmal neu sammeln. So. Ah ne, Stein könnte ich jetzt relativ viel gebrauchen. Wir sehen uns. Wie viel habe ich jetzt? 1800. Dann warte ich nochmal ein bisschen. Ich habe gerade keine Möhren. Oh, Möhren. Kann ich da welche kaufen? Ja. Hey du! Drei Reichen. Drei Möhren Reichen. Bis bald! Das ist das erste Mal, dass wir das weiße Kaninchen hier sehen. So. Wo ist das braune jetzt denn? Da. Oh, sechs. Wir haben sechs Tiere. Das klassische Kaninchen ist jetzt auch unseres. Oh! Das Weiße müssen wir nur noch einmal füttern dann. 6 Uhr morgens, äh, 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. Das ist heute nicht da, okay. Der ist heute auch nicht da. Alles klar. Achso, und Dreamlet habe ich hier noch. Ich glaube, ich brauche jetzt 7000 für das nächste Gebiet. Die Frage ist dann nur, ob wir die eisige Höhen oder die sonnige Ebene freisch halten. Ich glaube aber erst mal die eisige Höhen. Dann hätten wir das hier nämlich auch einmal, weil die Ecke. Uh, hier ist ganz viel. So, beim Event ist noch nichts, ne? Ne. Gut. Gebe ich das erstmal ab und danach sacken wir mal Vajana ein. Machen wir jetzt immer wieder eine Steinchen-Tour hier. Das. Das. Äh, das. Das. Das habe ich doppelt, aber egal. Ob ich einfach zu viel habe. Ich glaube, ja. Nein. Ja. Also, das kann... Da haben wir mit rüber. Eieieiei. So, wo ist Vajana? Da. Und den... Auf dem Hauptplatz. Muss ich hier auf dem Hauptplatz auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele Blumen sammeln. Tut das immer noch. Hallo. Willst du nochmal? Lachs. Okay. Aber... Kommst du immer mit? Ich mach dir die Pizza. Ich will keine Pizza. Irgendwas anderes. Aber keine Pizza. Irgendwas leckeres. Nur keine Pizza. Spannendes. Ich hab keine Pizza. Ich hab keine Pizza. Warte ich erst. Ah, hallo, frisches. Okay, sie ist in Geberlaune. Brunst leckeres Brot, lecker, billig, mit Käse verpacken. Nein, keine Pizza. Man sperrt einen Menschen überall. Und dieser Mensch versucht trotzdem, der Unwehe, Kontakte zu stellen. Ja. Lange nicht mehr gehabt. Ganz, ganz früher bald. Aber ja, solche Menschen, gerne nicht. Kannte ich. Heute, toi, 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 nicht mehr. Haben es aufgegeben. Nein, italienisches Nationalgericht aus dem Ofen. Nein! Pass auf, und jetzt kommst du mit... Wie, keine Nudeln? Weil Nudeln kann man ja auch im Ofen rein theoretisch machen. Könnte man. So, als Auflauf und so. Aber nein! Nein! Ich war zu langsam. Keine Überbacken-Nudeln. Überbackene Pommes! Die könntest du machen! Überbackene Pommes. Pommes Frittes. Zum Beispiel. Nein! Nein! Keine Pizza. Ich habe keine Lust auf Pizza. Ich weiß, es ist eine kranke Welt, in der ich keine Lust habe auf Pizza. Das ist seltsam. Ich habe ja selber schon Angst vor mir. Ich bin eigentlich gerade auf der Suche nach einer Blume. Ich habe sie aber nicht finde. gut. licht ja schon ja was möchtest du dann haben wohl lila hortensie zucchini teile zum basteln blumen und ein stiefbild und schiefmütterchen okay nee da wäre auch eine zucchini haben der braucht zwar auf schrott ja das steht so auch also teile zum reparieren es steht auch auf grünzug also gemüse blumen eine ganze kletterer das biet gucken ob wir was davon auftreiben können man sollte aufgabe heimlich sei kristalle was sind das für aufgaben das versteht auf der schabe der boli nur einmal gesehen und tausender ich würde das kleid haben die bau hat holz ich hab dir noch nie gesehen warum guckst du hier nicht mal gibt es doch bei disnap kannst du die doch anmachen was der film ist nicht gruselig brauchst du keine angst vorhaben welche versperren sind heute da event und die belohnungen jetzt kann ich immer steinchen sammeln also mondsteine solange wie das event noch läuft das kann passieren die gefahr musst du eingehen rolle ist echt ich kann mich zwar an vieles nicht mehr erinnern aber ich weiß dass wurde mega cute war wollte ich glaube es gab ein stofftier das wollte ich haben habe ich aber nie bekommen ne das ist ein ding boah die ist ein süßer film ich bin ja nur in meinem keller da ist kein platz wie ist denn noch jemand sehe ich aber gar keinen anderen Wer hast du denn aufgenommen? Mein Schatz. Das ist so doof. Ich liebe dich auch, mein Schatz. So, welche Waschbän brauchen wir denn? Heute nicht da. Den ganzen Tag. Heute nicht da. Heute nicht da. Den ganzen Tag. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir auch ein Waschbäude kriegen. Ein paar hat mich ja jetzt gekümmert. Oh. Äh, äh, äh. Nein, da ist die Blaubeeren. Nein! Aber, ich hab, okay, ich glaube, die Waschbären muss man öfter füttern als zweimal. Dem Grauen habe ich definitiv schon zweimal gefüttert. Die müssen öfter gefüttert werden. So, und der andere ist wahrscheinlich auf der Seite. Bei denen sehe ich hier auf die, dieser hier nicht. Oder? Bist du das? Das kann doch der da sein. Nein, das Pistole ist ja sie ab. Oh Gott. Huh, huh, huh. Nja, huh, huh. FCK, über ein Jahr roll ich hier schon rum? Alvin, vielen, vielen lieben Dank für dein Resub. 13 Monate schon, ja. Du rollst über ein Jahr schon hier durch dein Shit. Was? Ist das nicht toll? Wie geht's dir? Okay, den habe ich jetzt das erste Mal gefüttert. Aber den hier nicht. Den habe ich so oft schon gefüttert jetzt. Du willst ja einfach nicht. Krieg den nicht. Lass uns so weiter. Was gab's denn? Was gab's denn Leckeres? So, kann ich mittlerweile? Ich kann wieder. Sehr gut. Oh, Steine. Guck mal, Alvin, ich hab Flügel. Ich hab Flügel. Diese kleine Symphotis happy. Pullover backen mit Reis, nur den Bohnen und Erdbeeren. Oh, sehr geil. Ich auch. Ja, voll toll, ne? Ich liebe sie. Sie sind blau, blau-gold. Oh Gott. Ich liebe sie. Ich werde sie nie wieder ablegen, bis die nächsten kommen. Gerade bin ich eigentlich nur mal wieder am Farmen. Ich will nämlich tatsächlich ein bisschen das Dorf verschönern. Ich brauche aber Sachen. Da meine Blumen noch nicht gespawnt sind, muss ich leider erstmal Geld machen. Und andere Dinge holen. Und andere Dinge holen. Ich wollte allerdings Flügel fallen. Die Flügel muss, äh, sind ja cooler. Ja, die habe ich leider noch nicht. Die habe ich leider noch nicht. Ich habe jetzt auch Merlin habe ich auf 10, Wall-E habe ich auf 10, Rufi habe ich auf 10 und Vajana versuche ich heute auf 10 zu kriegen. Ich will nämlich ihr Kleid haben. Ich will nämlich ihr Kleid haben. Das, was man auf 10 kriegt. Ich bin jetzt mal raus in den Stream noch. Danke, Ryder. Schön, dass du da warst. Ich werde dann meinen Fotos reinplatzen. Mach das. Okay, da gibt es so die Statue. Da gibt es sowas. Boah, das Kleid von Ursula möchte ich auch haben. Das Kleid von Anna möchte ich haben. Ja, also ja, das habe ich ja schon. Das sind jetzt nicht so die Sachen, die ich unbedingt gerne hätte. Ein paar Sachen gibt es dann noch. Ach ja, die Schildis, aber ich habe keine Elgen gerade. Ich habe leider keine Elgen. Muss ich mir noch besorgen. Die Shitkröte weiß ich gar nicht, ob ich die schon hatte. Die andere hatte ich, meine ich. Die müsste ich dann auch bald kriegen, hoffe ich. Wenn sie nicht so wederisch sind wie der Waschbär. Aber die Waschbären, da habe ich den einen sicherlich schon zweimal gefüttert. Der Graue. Ich weiß, dass ich den Grauen schon hatte. Mehrmals. Oh, Stein. Der will einfach nicht. Ja, hier plane ich jetzt tatsächlich meinen kleinen Garten hinzupacken. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bei meinem Glück wahrscheinlich wieder nicht. Aber ich brauche erstmal die Blumen, damit ich die Palisaden da weitermachen kann. Alle Palisaden geht's nicht. Dann kann ich die Wege nämlich platzieren. Und Kisten muss ich heute noch herstellen. Ich brauche noch mehr Kisten fürs Lager. Ich brauche noch viel, viel mehr Kisten fürs Lager. Wie gesagt, nebenbei will ich halt Vajana auch noch auf. Den kriegen. Goofy's Mission da auch mal fertig kriegen. Bin mir nur noch nicht sicher, wie ich an Lehm rankomme. Einmal Lehm habe ich ja irgendwie bekommen. Ich weiß noch nicht, wie. Nein, mein Inventarstuhl. Ist er drin? Ach so. Jo, was nur. In meinem Leben gab es die irgendwo im Sumpf. Ich weiß nicht mehr, wie man da rankam. Man einfach buddeln musste. Ich weiß noch nicht mehr. Ich muss mich ausprobieren. So. Tätchen. 6000 11.000 haben wir jetzt sehr schön ich kann es einfach mal versuchen ne wie hat man noch mal lehm bekommen wo gab es lehm also aus den löchern wenn es hier mal welche gäbe die krokodile ja wenn ich das ist wüsste ne seht ihr das gerne ich weiß nicht wie ich hier in leben komme im besten will ich nicht das ist nur ein fisch das sind nur scherben ne weiß ich tatsächlich nicht wasserboden nicht auf der insel sondern da wo braune erde ist also hier also hier ne Hm. Okay. Wir gucken. Der bezerrt sich nur... Ah, da! Ach, stimmt. Okay. Danke! Ich habe mich halt nur gewundert, weil immer nur Dinge ins kamen. Und nichts anderes. So. Also, was würde ich nur ohne dich machen? Oh, ich würde mich nicht mehr machen. So. Wir brauchen Lehm. Ganz viel Lehm. Wenn es... Wenn es anderes wäre. Ah. Ja, ich werde aber lieber von dir beobachtet. Das ist die Mode. Deswegen sind es knuffig. So, dann kann ich die hier einmal zu buddeln. Hm. Was ist jetzt zu? Da war wir der Lehm. Boah, ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Vielleicht habe ich genug Lehm. Das erst mal, dass wir jetzt zumachen. Sieht ja aus hier. Wie bei Hempels. Zwei Bräunen noch. Zwei Bräunen noch. Das will nur nichts mehr. Das war Geld. Der Sumpf hat genug davon, ergiebig zu sein. Wird er mir echt nur noch Geld geben. Betrug. Der Sumpf will mich betrügen. Ich bin auf der Meer der Wege, nigga. Jo. Hat es gut. Ich habe es. Wollen nur noch Eisenbahnen. Und Hartolz. Ja. Da muss ich gleich wieder auf den Platz gucken, ob meine Blumen mittlerweile wieder da sind. Und den brauche ich nämlich ein bisschen was. Das sieht aus. Kann ich das einmal weiter? 5000, ja. Na komm, machen wir mal. Wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? ich glaube war ja steht irgendwo da vorne ich glaube war ja hat sich festgepackt ich bin definitiv hier so jetzt aber jetzt geht's wieder sind wir irgendwo holz so Bis zum nächsten Mal.